Hallo zusammen! Hallo! Wir sprechen heute mal mit WeSpeak und Animal Crossing! Let's go to the city! Ja, wir haben's. Wir wollen jetzt mal testen. To de! Wir werden's auspacken, installieren und mit dem Dennis von Weetower Testgespräche führen. Wenn ihr dann auf dem Mikrofon rumlich auch alle hören werdet, habt ihr ein Gefühl davon, wie die Sprachqualität ist und von allem. Und wie sich das Ganze einfach... Wie sich das handhabt alles. Und wenn man den Kanal installiert und so weiter. Sollen wir erstmal? Fingernagel. Fingernagel. Unten auf, oben auf. Unten auf. Unten auf. Kompatibel mit dem WeSpeak und dem DS. Da könnt ihr dann wahrscheinlich euren Charakter vom DS rüberladen. Für einen Spieler mit Nunchuck. Was gibt's Neues in der Stadt? Geht's? Ja, geht! Mein Gott! Soll ich eine Scherbe oder ein Messner holen? Ja, kein Problem. Hier. Also es ist tight. Es geht natürlich gleich drauf. Sicher verpackt. Wie man ist, alles von Nintendo. Und dann kommt schon mal wieder... Das Menü. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Sprachen. Ganz wichtig vor allem ist der Code, der unter meinem Finger steht... Zum Aktivieren! Sag ihn nochmal. Da wo mein Finger... Warte! Ja gut, er ist eh mein Leben. Also wenn ihr das seht, ist der Code eh schon verbraucht. Also mit dem Code könnt ihr dann vielleicht den WeSpeak-Kanal runterladen im WeShop. Was wir auch tun werden, wenn wir das installiert haben. Auch wieder in eine Million Sprachen. Der Code ist auch gar nicht zu übersehen. Der Code ist bei jeder... Der Code ist bei jeder Sprache nochmal drunter gedruckt. Jetzt. Naja, egal. Überall. Überall, wo dieser blaue Punkt ist. Überall, wo dieser blaue Punkt ist. Wahnsinn, ey. Naja, egal. Also das heißt, jede Anleitung ist ein Unikat. Ja. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Oh, zu festkleben wahrscheinlich. Also hier seht ihr schon... Also ich pack's erstmal ganz aus und dann zeige ich euch mal wie klein dieses Ding ist. Weil man hat sich das... Also ich hab mir das viel größer vorgestellt. Ja, das Gerät. Auf dem Brille sieht man immer so groß aus. Vorbildlich verpackt. Ja. Aber was gibt's schöneres als auspacken zur Weihnachtszeit? Ja, das schriegt wieder hin. Naja, das ist halt hier Neuware. Guck mal auf Deutsch. Neuware. So. Hier der USB-Stecker. Vielleicht kann der Matko noch mal kurz ranzoomen. Während ich den Rami auseinanderfrigge. So, hier der USB-Stecker. Dann hier. Ja. Das ist diese Box, die wahrscheinlich verhindert, dass du... Der Filter. Der Filter für die Rückkopplung. Genau. Dann ein recht langes Kabel. Was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. So, und hier ist das kleine Zauberstück drin. Auch ein Mikrofon. Mal versuchen, dass ich jetzt damit gescheit im Bild bleibe bei dem Zoom. So. Hier. Sieht cool aus. Nein. Ich habe keine riesigen Hände. Das Gerät ist wirklich klein. Hier eine Wi-Mode. Die passt nicht mal ganz ins Bild. Jetzt seht ihr mal, wie klein das Gerät ist. Also wirklich top. Stört gar nicht. Da unten sind diese Dinger, wo man dann... Die Klebepads. Also das ist mehrfach... Klebepads. Hier ist eine LED wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Das grüne LED. Ne, blau. Ja. Die Nintendo ist auch blau. Ja, das sah nur hier auf der Verpackung so aus. Alles blau. Und hier vorne das. Das ist jetzt nicht, wie ihr jetzt auf Bildern dachte, irgendwie Hartplastik, sondern das ist so Schaumstoff. Ja. Über normalen Mikrofonen auch. So ein Popschutz halt, dass du die Geräusche damit rausfilterst. Genau. Auf der Rückseite auch. Mit so Willen. Ja. Dann zoomen wir wieder raus, damit wir immer wieder in Szene kommen. Wieder in Szene. In Szene. In Szene. Ja. Und da würde ich sagen... Wir installieren das Ding jetzt mal. Wechseln wir jetzt mal das Bild und installieren das Ding mal mit euch zusammen. Wackelger Kameraführung kriegen. Ja, ich gebe mein Bestes. Bis gleich. Alles klar. Ciao. So. Da sind wir wieder. Der Madcow. Den seht ihr jetzt hier im Bild. Der schließt jetzt mal WeSpeak bei mir zu Hause an. Der Rip nimmt hier das USB-Ende. Wuhuu. So. Ganz einfache Installation. Man braucht eigentlich keine zwei Leute für. Ja, eigentlich nicht. Aber das hier seht ihr. Das ist auch sehr nah an der Wii. Dass man es... Was heißt verstecken. Man könnte es vielleicht bisschen mittiger machen können. Dass man... Wenn die Wii halt jetzt irgendwie sehr offen irgendwo steht. Dass es nicht direkt hinter der Wii liegt. Dass man das bisschen mehr verstecken kann. Aber an sich... Es stört nicht wirklich. Also... So. Wenn man das so klein ist. Wohnt sich... Muss man echt... Für alle Leute, die nicht wissen, wo der USB-Anschluss bei der Wii ist. Weil die benutzt man nicht sehr oft. Wir haben jetzt hier eine Loserie und eine feste. Hier hinten. Einfach auf der Rückseite oben zwei Stück. Also nicht hier irgendwo versteckt. Wie die ganzen Gentil-Sachen. Ja. Einfach auf der Rückseite oben zwei Stück. Ja. Aufhören zu babbeln. Reinstecken. Dann ist es auch schon installiert, das Ding eigentlich. Zack. Die Klebefüßchen machen wir mal... Irgendwann mal später dran. Aber es scheint... Also es wird wohl besser sein, die Klebefüßchen dran zu machen. Weil es doch recht klein ist und kein großes Eigengewicht hat. Und dadurch durch schleichten Zug am Kabel schon das Ding sich dann verrutschen kann. Ja. Also auch nicht so... Aber man kann es ja praktischerweise an der Sensorbar festkleben. Das heißt, man hat dann auch keine Kleberreste am Fernseher oder so. Weil die Sensorbar ist halt schon ein bisschen stabiler. Ja. So. Ja, das war's. Und jetzt installieren wir die Software. Jetzt geht die Software. Ja. Kanal runterladen. Kanal freischalten. Kanal geht. Kanal geht. Und dann machen wir mal den Härtetest mit Dennis von Wittauer. Bis gleich. 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 Deutsch. Bis gleich. 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 Anschluss bei der Wii ist, weil die benutzt man nicht sehr oft. Wir haben ja jetzt hier eine lose Wii und eine feste. Hier hinten. Einfach auf die